Jawohl, let's play Resident Evil 4, den Remake The Separate Ways. Und wir laden gerade in das nächste Kapitel. Oh, okay. Plans do change, no? Are you angry? You're angry. There is this only one thing I must do before I can recover the hammer. Before? This is not a negotiation, Luis, so choose your next words carefully. Whoa. Listen. Listen, there is someone who needs my help. You know me, always the good Samaritan. Let me guess. Leon? Yes. Exactly. Leon and that young woman, they are both infected. They need this medicine. It slows the infection, and I know it works. I used it. On myself. So, I- What does that matter to me? Because you two are infected. Ich wusste es. For all these years, Ada. And I see the symptoms already showing in your eyes. Harte, was? You already feel the effects, eh? The medicine will stop them for a time. Just trust me. Bam. A lot to gain, and nothing to lose. Okay, but this is your last chance. We do this first, and then the Amber. I'll let Leon know. Hello. Hello. Luis here. You guys still around? Well, I wanted to go home, but Ashley just had to see this castle first. Perfect. Because I have a present I want to give you. Medicine that will help to suppress the progress of your problem. Where do we go? Let's see. Come to the courtyard, inside of the castle. We can meet up there. Ciao. I'm sorry to keep you waiting. Shall we? Yeah, I feel like I'm actually going to go home. I feel like I'm going to go home. I'm going to go home. Yeah. I feel like I'm going to go home. Matthew, we are all right. I want to go home. I'm going to go home. That is a little bit better. And I'm going to go home. I have a little bit better. I'm going to go home. Ich habe nicht einmal mehr eine. Und habe ich schon mal erwähnt, dass ich eigentlich fast keine Munition mehr habe. Nein. Fast keine Munition. Ja. Schützen, Munition, für den Arsch. Gut, ich habe noch ein bisschen Schotty. Die ist komplett klar. Das gefreut mich überhaupt nicht, dass die komplett klar ist. Okay. Irgendwie werden wir das schon schaukeln. Hey, die Sonne. Nicht da, oder? Warte, einen Moment. Nicht? Ja, Schießpulver ist noch genehmigt. Damit könnte ich ja Munition herstellen. MP-Munition. Ja. Okay. Mit der kommen wir auch wieder weiter. Aber die wäre erst wichtig. Und dafür brauche ich... Oh, Scheiße. Hm. Ich weiß nicht, was ich da brauche für ein Symbol. Ich würde mal sagen, dass sie... Eine gut... So ungefähr. Okay. Nein, finden wir es nicht draus. Nein, wir müssen es nicht draus finden. Gehen wir einfach diese scheiß Medizin holen, uns heilen. Von Munition. Ja. Und wer da? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warte mal. Nein, nein. Ich sehe fast gar nichts. Weiter. Ich... Ich bin fast blind. Es ist Arschwinster. Und... Ja, genau. Na, kommt schon. Ich stehe an. Durchgeladen. Na, sicherlich. Wer jetzt da noch? Geh weg. Geh weg. Wer lebt, Tano? War klar. Mach's more off. Was? War da nicht noch so einer? Was? Da hat man einmal ein bisschen Munition und dann sowas. Natürlich ist da noch einer. Ich hab's doch gewusst. Freundchen. Ich blase dir die rüber weg. Und zwar wortwörtlich. Ich bekam ein bisschen Munition. Wirklich ein bisschen. Ja. Das war nicht einmal viel. Hab noch nicht genug. Eine. Ein Schießpuffer zu wenig. Und schon ist dahin. Und ich hab wirklich nichts gesehen. Hier auf der Treppe. Ich habe wirklich nichts gesehen. Ich meine, ich finde wenigstens ganz geil, dass die Lächeln nicht immer gleich verschwinden. Luis, ich habe mal eine Frage. Wie hast du zum Teufel hier so lange überlebt, dich selbst geheilt und kannst du aber komischerweise immer wieder in solche Situationen? Wie hast du das geschafft? Oh, nein! Oh! Nö, hier, Jens! Please, get back here! Don't inhale the smoke! Ja, komm! Wow! Na, war ja klar! Ähm... Oh! Bum, 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 bum! Guck! 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 Hey, trin den Arsch! But that is impossible now. It's all over. And they can't help them any more. Get in my red, don't. Make more. You know how, just do it. Guess it is possible. The ingredients are out here. In the castle. Yes. I need time. But I can still get you here, Ember. Alright then, let's go. We can go back up this way. Then figure out our next move. Then, will I not. This way. Wenn's doch nur so leicht wäre. Ich überleg' gerade. Es gab ein Zusammentreffen zwischen Leon und Ada hier. Aber es sollte eigentlich hier keinen Endgegner geben. Außer ich muss schon wieder gegen diesen Käfertypen kämpfen. Und ich muss ehrlich sagen, mir fehlt etwas Entscheidendes. Ich will doch nur mal wieder speichern! Ich möchte doch nur wieder mal speichern und den Händler sehen. Ich vermisse ihn irgendwie seit dem Dorfplatz. Haben wir den eigentlich gar nicht mehr gesehen. Entschuldigung, aber... Entschuldigung, aber... Entschuldigung, aber... Entschuldigung, aber... Nochmal runter. Ich hab da nämlich was gesehen. Hier hinten? Nein. Oder hier hinten? Da. Da, 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 da. Wie komm ich da rüber? Ah. Nanananananana. Goldblättchen. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck drinnen. Oh. Ist ein bisschen Staub in der Luft. Nicht viel, aber ein bisschen. Der kitzelt im Hals. Wobei, ja, Wursten, du, Rehe, schon seit längerem. Wer mich kennt. Wo ist das? So. Den Schatz haben wir gesammelt. Juhu. Alter, nee. Luis. So leicht ist es nicht. War klar. Wir haben wirklich ein Lalo losziehen lassen. Rote Tinte. Okay. Wir brauchen rote Tinte in der Buchbinderei. Goldene Flasche? Warum eine goldene Flasche? Okay. In der Schatzhalle? Blauen Schmetterling in der Präparatenkammer. Alle drei liefern jeweils einen Rohstoff, der für die Synthese des Entwicklungshemmers benötigt wird. Die Tinte ein Mineral, der Wein eine Hefe, die Schuppen an den Flügeln des Schmetterlings eine chemische Substanz. Ich muss sie nur extrahieren und mit den Chemikalien, die ich bei mir habe, mischen. Das war's. Na, sicherlich. No problemo, alles. Alter. Ja, genau. Ja. Ja. Ah. Ich meine, es ist immerhin Louis. Immer denke ich, die kommt ein bisschen entlang. Ich kann leider... Ich kann ihn nicht töten. Ich hätte es gerne getan. Ganz ehrlich, ich hätte es wirklich gerne getan, aber ich habe leider kein Messer. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe kein Messer. Was soll ich tun? Ich habe nichts. Ich bin... Das war mal klar. Warte mal. Das ist Licht. Hm. Okay. Könnte das wirklich alles sein? Nein. Gewehrmunition. Ja, nice. Lithographie-Stern B. Oh, nee. Ich hoffe... Nee. Ich hoffe nur, dass nicht das kommt, was ich befürchte. Das wäre... Das wäre super, mega, super fies. Wenn ich wieder diese Scheisse hätte. Die was von dem blauen Licht. So abgeneckt sind. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, vieles, aber... Okay. Kleine Sistek. Ich meine... Ich weiß, da war Sperr-Dieb. Ja. Ah, ist der andere. Ja, gerne. Ballen möchte ich speichern. Ja, ich muss einmal verkaufen. Okay, hier, hier und hier. Okay. Kaufen, was kann ich kaufen? Ich muss es tun. Ich muss es einfach tun. Es tut mir leid. Es tut mir weh. Aber die Red Nine, sie ist nun mal die stärkste Wapel. Ja. Und natürlich die Schulterstütze. Erste Hilfe Spray. Neue Talismane. Neue Talismane. Gewehrmunition. Blindenmunition. MP-Munition. Was ist das? Das ist das? Reparat... Äh... Rezeptur. Okay, wir müssen einmal tunen. Wir brauchen... Wir müssen das Messer reparieren. Und natürlich hier. Ich bin genau auf Null. Torschen. Ich habe nichts. Scheiße, ich habe nichts. Die Schulterstütze müsste ich... Erstens haben wir in den Schnellzugriff, ist sie auf 1, hoff ich, ja. Zubehör. Schulterstütze ist kombiniert. Okay, da müssen wir mal ein bisschen zusammenräumen. So, hier, hier. Ich überlege, wo könnte ich die Schulterstütze hin? Die hat Vieren im Diplozwecker, gell? Die werden jetzt so viel finden mehr. Langsam wird der Bloßeng. Danke, hier. So. Mhm. Und wie irgendein Bloß wird. So. Aber jetzt. Äh, mal am. Mal am. Ich habe viel Munition einbüßt. Ich gebe es ehrlich zu. Und ich habe nur große Rohstoffe. Ja, es bleibt mir nicht der Sport. Es tut mir leid. Ja. Nein. Ähm. Eins. Zwei. Drei. Bier. Nachladen. Okay. Aber das Messer ist wieder repariert. Und wir haben etwas. Eine Scheibmaschine. Ja. Okay. Na gut, meine Lieben. Das war es einmal wieder für diese Folge. Ich bin schon gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und was wir noch alles haben, um hier alles irgendwie zu finden. Da wären ein paar Schätze. Boah, die brauche ich unbedingt. Aber das wird natürlich wahrscheinlich nicht so leicht sein. Ja. Wir werden es rausfinden. Ich sage einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis weiter. Tschüss. 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 Bis dahin. Tschüss. Tschüss. ... in den Wald und in den Trusen, in den Trusen, in den Trusen, in den Trusen. Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Just let me go. Listen. I'm here in the president's orders. What is that? What do we do? The last labs are escaping. We need to go. I'm going to get you on the safe. You can stop right there. Ada. Who are you? What are you doing here? My faith will show her in the back. Ashley, run! The entire world shall overflow with these graves. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has Joesim dead. You gotta be kidding me. I'm dying. I've had Sue. Fuck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020